Christian Mucki, Ihnen ein richtig schöner Abend, frohe Weihnachten, eine schöne Weihnachtszeit und wir verabschieden uns auf diesem besonderen Hamburg-Sounds-Konzert mit allen Künstlerinnen und Künstlern zusammen, mit Lars Krisslitz, frohe Weihnachten, tschüss, danke sehr! Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank, vielen Dank an unsere Künstlerinnen und Künstler, dass ihr heute Abend mit dabei gewesen seid. Dankeschön, dass ihr euch in die nächste gute Sache gestellt habt. Noch einmal, wie gesagt, danke an Sie, dass Sie heute Abend mit dabei waren, für schöne Zoller und einiges Thema gesorgt haben. Kommen Sie gut nach Hause, denken Sie dran, komm im Sonnabend am 20.05 Uhr, am 13. 10. Richtiges Konzert, noch einmal zur Hinwelle, 90.3 Uhr, am 18.00 Uhr, am Hamburg-Jungal, wenn wir erfahren sehen, Ausstattung aus heute Abend um 19.30 Uhr auch. Kommen Sie gut nach Hause, haben Sie eine sicherere Heimfahrt, haben Sie ein schönes Weihnachtsfest und kommen Sie mal wieder zu Hamburgs Haus. Bleiben schön, bis bald, süß.